Mitsubishi Electric bietet digitale Messestände an, unterteilt in die Bereiche Business, Industrial und Compact Solutions. Ich stehe hier mitten in einer unserer Lösungswelten und zwar in der Lösungswelt Compact Solution. Compact Solution bedeutet bei uns Anwendung in erster Linie für Privathaushalte, also für Ein- und Zweifamilienhäuser. Das umfasst einmal Wärmepumpen in Split- und Monoblockbauweise, aber auch Klimageräte, wie auch Geräte für die kontrollierte Wohnraumlüftung. Wir haben ein komplett neues Wärmepumpenprogramm aufgesetzt, das ist mit dem Kältemittel R32 ausgestattet. Wir haben unsere Regeltechnologie nochmal optimiert. Wir haben inzwischen eine menügeführte Inbetriebnahme, was es dem Handwerker deutlich erleichtert, das ganze System in Betrieb zu nehmen. Die Möglichkeit besteht auch über eine App aus der Ferne auf das System zuzugreifen, wie auch mit dem System Amazon Alexa auch von zu Hause die Heizungsanlage über Sprache fern zu bedienen. Letztendlich heißt Compact Solution für uns ein komplettes Angebot, was ich brauche, um ein Einfamilien- oder Zweifamilienhaus zu belüften, zu beheizen und auch zu kühlen. Abonnieren 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 Untertitelung des ZDF, 2020